Es ist in der Villa richtig abgegangen, und ich hatte keine Ahnung, was da passiert ist. Ich hab Bock auf Pfirsich. Gibt's keinen Becher, wie die Zitrone trinken. Ich liebe euch. Das war gut, ne? Was ist das da? Pfirsich? Bruder, mach mal kurz deinen kleinen Cut. Ich will gerne essen, Bruder. Das ist ein, was du sagst. Schneid das weg. Ich hab das aber gerade gesagt, Bruder. Du musst auch aufpassen, was du sagst, Bruder. Sag doch, ist nicht an dich gerichtet, aber jeder, der fischig ist. Ich sag davor, ist nicht an dich gerichtet. Was ist los mit dir? Trotzdem, Bruder. Ich will das nicht, dass du was sagst. Fertig. Was ist los mit dir? Ich will das nicht, dass du was sagst. Ja, alle Eidi auf das Wasser. Schild doch mal. Nun, schild doch mal. Nun, schild doch mal. 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 Los. Also ich sag mich schließlich, es ist völliger Kindergarten gewesen. Also mehr Kindergarten geht wirklich nicht. Und hätte ich das live gesehen, hätte ich wirklich überlegt, beide rauszuwerfen direkt am ersten Abend. Bro, daraus ist so viel noch resultiert. Das kann aber auch manipulative Anspielungen sein.